Ein wunderschöner morgen. Ich bin gerade auf meinem Lauf nach Anteckshoch und sehe hier, wie das Kälbchen auf die Welt gekommen ist. Wunderbar, wunderbar. Es ist gerade morgen. Ich kann es noch gar nicht fassen. Ganz toll. Und wie es versucht, jetzt langsam aufzustehen. Die Tanten sind schon da und ein paar Neffen schauen. Ja, ich gratuliere dir zu deinem Jungen. Jetzt muss es bloß noch hochkommen. Schön, wie sie es immer ableckt. Ja, und das andere Kälbchen ist schon ganz neugierig, was da ist, gell? Herrlich, herrlich. Oh, jetzt muss ich es mal genauer inspizieren. Ja, komm, zeig ihm, wie man aufsteht. Ja, wunderbar. Jetzt, jetzt. Hoppla. Kleiner Salto Motale. Jetzt. Oh, ist schon schwer ins Leben zu kommen, gell? Ja, und du zeigst ihm aber jetzt, gell? Ja, geh noch mal hin, komm. Geh noch mal hin. Ja, und jetzt. Hopp. Jetzt. Mit vereinten Kräften macht er das jetzt, hä? Ja. Mit vereinten Kräften. Jetzt. Ja, jetzt komm. Jetzt komm. Jetzt packen wir es nochmal. Auf und oioioioioioioi. Und jetzt geht es schon, hä? Jetzt stehen wir schon. Ja, toll. Bravo. Bravo. Oh, noch ganz wackelig, hä? Noch ganz wackelig. Ja, jetzt gehen wir hin zu deiner Mama, ja. Ja, und jetzt müssen wir die Zitzen noch finden, gell? Wie kommen wir jetzt da richtig ran? Wenn wir die Kurve noch kriegen, hä? Ja, geh du noch mal hin. Ja, geh du noch mal hin. Ja, geh du noch mal hin. Und dann erklären wir, was man da jetzt machen muss. Jetzt. Jetzt, jetzt haben wir es gefunden, gell? Ja, und die Mama hilft noch ein bisschen hinten nach. Jetzt haben wir es gefunden. Jetzt können wir groß und stark werden. Wunderbar. Ein neues Leben ist in die Welt gekommen. Wunderbar. Und das in Antex. Ja. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Alles, alles Gute. Ein herrlicher Morgen. Der 18. Juni 2016. Die Geburt des Kälbchens. Die Geburt des Kälbchens. Die Geburt des Kälbchens. Die Geburt des Kälbchens.